Hallo liebe Schülerinnen, liebe Schüler, herzlich willkommen am Tische-Kolleg. Wir bleiben bei Verben mit festen Präpositionen. Hier behandeln wir die Struktur an etwas oder an jemanden denken. Etwas die Sache oder jemanden, denn die Person stehen im Akkusativ. Denk bitte daran, es ist wichtig. Ich denke oft an das Leben in meiner Heimat. Ich denke oft an meine Eltern in der Heimat. Die jungen Menschen denken an ihre berufliche Zukunft. Das ist wichtig, ja. Der Arbeitnehmer denkt daran, die Firma zu wechseln. Es gefällt ihm nicht mehr bei der alten Firma. Der Student denkt daran, sein Studienfach zu wechseln. Haben Sie schon einmal daran gedacht, ihr Leben zu ändern? Das wäre nötig, ja. Ich danke euch beiden.